Du wohnst in Espelkamp, bist zwischen 14 und 20 Jahre alt und hast Lust, hier was zu verändern? Dann mach mit im Espelkampfer Jugendbeirat. Alle Infos findest du hier. Wir setzen uns in Espelkamp ein für ÖPNV, Umweltschutz und die Interessen Jugendlicher. Jugendliche sollten auf jeden Fall Ehrgeiz mitbringen und viel Kreativität. Interesse an Espelkamp, Interesse daran, was verändern zu wollen, Engagement und auch Freude, neue Leute kennenzulernen. Und den Wunsch, etwas besser zu machen. Ich bin Teil des Jugendbeirats Espelkamp. Und du? Wir warten auf euch.